Besonders in den harten Zeiten muss die gesamte Mannschaft die Herausforderung annehmen. Die Spieler müssen auf dem Platz noch ein wenig mehr geben. Jeder Einzelne ist wichtig, um als Team noch besser abzuschneiden. Wenn ihr, die Medien, sagt, dass der SSC Neapel keine Führungsspiele hat, dann ist das in meinen Augen falsch. Wir sind alle Anführer, Fußballer mit großen Qualitäten und es liegt an uns allen, vereint und mit breiter Brust auf dem Platz zu stehen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Ich habe in der Vergangenheit schon oft gesagt, dass das kommende Match immer das Wichtigste ist. Das ist auch jetzt gegen Slovan Bratislava in der Europa League der Fall. Es geht darum, sich den Gruppensieg zu holen. Danach konzentrieren wir uns auf alles andere. Unser Ziel war es immer, jede Partie zu gewinnen. Die nächsten Begegnungen werden entscheidend für uns. In der Liga wollen wir besser dastehen als im Moment. Aber was mich angeht, so ist wirklich das Match gegen Slovan derzeit das Wichtigste.